Weserwert, CS, Go-Edition, Lieblings-Map? Inferno. 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 Vertigo. Nuke. Boah, aktuell glaube ich Nuke. CT oder T? CT. CT. Eher CT. 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 T. T. CS, Go oder ein anderer Shooter? CSGO natürlich. CSGO, so es ist. CSGO. CSGO. Ich bin Bot, also Valo. Bei mir CSGO und ansonsten, ja, Rocket League. Fortnite. DUS 2 oder Anubis? Das 2. Das 2. Anubis. Anubis. Anubis, ja. Äh, Anubis. Äh, Anubis. Tra oder Ancient? Beides nicht so toll. Mittlerweile würde ich Ancient sagen. Ancient. Schwierig, aber Ancient. 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 Äh, Twain. A-Site oder B-Site? Mitte. A. A-Site. A-Site? Ich glaube eher B-Site. Ähm, B-Site. Immer die B-Site, immer B-Site Anchor, immer 16 Average. M4, A4 oder M4, A1S? M4. A4 all the way. M4. Äh, M4, A4. Bin Bot, also A1S. 1S. 4A1S, immer durch die Smokes schön durchsprayen. A4m-B-Laufler往 Flvre. A4m-B-Laufler往 Flítmel. A4m-B może Walzeln?